Unsere gemeinsame Freundin benötigt eure Hilfe, doch wir müssen vorsichtig sein. Hier, sie wollte, dass ich euch diesen Brief übergebe. Teuerster Freund, ich weiß nicht, wie lange meine zitternde Hand eine Feder halten kann. Also fasse ich mich kurz. Ich glaube, dass der Dämon, den wir in der Kanalisation vernichtet zu haben glaubten, dem Tod entkommen konnte, indem er mich als Neuen... Geht weiter, bevor ich... Oh, ihr seid es. Ich... ich wusste... Dass ihr... Haben nicht... Viel Zeit. Ihr müsst... Blutreden... Durchführen... Dämon... Exorzieren! Was? Ich... Kann nicht... Ihr... ihr braucht... Mein Gebetsbruch, aber... Kelch... Ist fort! Ihr müsst... Neuen... Beschaffen! Wo? Margrave! Margrave! Medveh! Er... Er... Er ist Kelchhüter! Er... Vorsicht! Er... Er... Er ist Misstrauisch! Ihr müsst ihn vielleicht täuschen! Bitte! Schnell! Er... Wer seid ihr, dass ihr so etwas verlangt? Nur jene, die ihr Leben dem Glauben widmen, dürfen die heiligen Instrumentarien berühren. Ich bin auf Geheiß der ehrwürdigen Mutter Oberin Prava selbst hier. Soll ich ihr sagen, dass ihr nicht gewillt seid, ihrer Bitte Folge zu leisten? Oh... Bitte... Vergebt mir! Es ist so selten, dass ich von Kiowashat höre. Ganz zu schweigen von der Mutter Oberin selbst. Ich fühle mich geehrt. Hier, bitte! Natürlich muss er zuerst geweiht werden. Gesalbt im Blut von Sündern. In den Höhlen östlich von hier verkriechen sich Banditen, die sich dafür eignen. Das kann ich hier nicht tun. Schnell! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Und, ähm, bitte richtet ihr meine hochachtungsvollsten Grüße aus. Nicht in der Stadt. Dem Licht sei Dank seid ihr zurück. Der Zustand der Schwester hat sich verschlimmert. Sobald ihr weg wart, hat die Schwester, ähm, der Dämon in ihr spricht durch sie. Sie hat furchtbare Schmerzen. Sie hat mir vom Kelch erzählt. Hier, ich platziere ihn, während ihr euch vorbereitet. Wir müssen uns beeilen. Vater Inarius, reinige mein böses Blut in deinem Lächter, während ich es vergieße. Lass das Licht die Dunkelheit in unserem Inneren erfüllen. Noch mehr von eurem erwärmlichen Gesang? Lass das Licht die Dunkelheit verdrängen, die sich in dieser Frau vergart. Vater, treib diesen Dämon aus. Ich wusste es. Wusste ich doch, dass ihr in etwas Abscheuliches verwickelt seid. Nein, haltet ihn auf. Hört sofort auf. Die Mutter Oberin wird von dieser Ketzerei erfahren. Ihr werdet alle brennen. Vater, vergib mir. Schnell, bringt es zu Ende. Licht, lösche den Frevel aus. Genug, ich bin es leid. Schwester, nein! Nein, nein! Wie kann sie noch tänzen? Ach, unmöglich. Schwester, Schwester, bitte sagt etwas. Bitte, warte auf. Viel zu kalt hier unten. Oh, preiset das Licht! Ja, das habt ihr gut gemacht. Der Dämon ist wahrhaftig gebannt. Ich bin beeindruckt, dass ihr das Ritual so schnell nachmachen konntet. Ich habe ewig gebraucht, um es zu meistern. Schwester Octavia, es geht euch gut. Doch diese Personen haben sich der Blasphemie der übelsten Sorte schuldig gemacht. Lügen, Diebstahl von heiligen Instrumentarien, Gewalt gegenüber einem Priester der Kathedrale. Vor Ende des Tages werden sie auf dem Scheiterhaufen brennen. Wie konntet ihr so leichtsinnig sein? Wenn die Mutter Oberin... Ach, und was werdet ihr braver erzählen? Dass ihr es einem Außenstehenden erlaubt habt, ihren heiligen Repräsentanten so einfach zu täuschen? Dass ihr eure Herde in Margrave ohne Führung des Lichts zurückgelassen habt? Sollte ich auf diesem schrecklichen Scheiterhaufen enden, werdet ihr neben mir stehen. Nein, ich... Ich war wohl schon zu lange fort von Margrave. Ich sollte schnell zurückkehren. Aber bitte, Schwester Octavia, gebt besser auf euch Acht. Die Kathedrale ist stärker, wenn ihr auf den Beinen seid und nicht krank im Bett liegt. Werte Freunde, bitte gebt mir einen Moment, dann treffe ich euch draußen. Ihr verdient einen angemessenen Dank. Und ich danke... Ja, ich fühle bereits die Wärme zurückkehren. Danke, meine Freundin. Ich habe euch eine große Last aufgebürdet. Bat euch, für mich zu lügen, euch in große Gefahr zu bringen. Wenn ihr abgelehnt hättet, könnte ich es euch nicht verübeln. Doch das habt ihr nicht. Ihr habt mich gerettet und damit auch unzählige andere, denen ich noch helfen kann. Was ist mit Priester Mudway? Glaubt ihr, er könnte noch für Probleme sorgen? Nein. Er wird alles für sich behalten, was er gesehen hat. Hoffentlich kann ich dem restlichen Klerus beibringen, etwas mehr Vertrauen in die Mitglieder ihrer Gemeinde zu haben. Ich möchte, dass ihr dies nehmt. Es ist nicht viel, doch ich hoffe, dass es euch etwas Glück bringt. Abermals danke. Ihr werdet immer eine Freundin in der Kathedrale haben. Meine Taschen sind voll.